Deutsche Memes, also die Leute, die hier abonniert haben, sind auf jeden Fall, die sind im Gönner-Modus und machen kein Auge. Küsse gehen raus. Ehre. Wir sind hier gerade in Leimen, bei der Scheldtankstelle. Okay, verdammt nochmal, mach es. Okay. Geht ab, Mann, ey! Wuhu. Pop. Gute. Halt dich raus. Hey, bitte, hört doch auf, halten zu lassen. Wow. Könnt ihr auch draußen machen, wenn ihr mich seht. Warum hier? Hier sind so viele kleine Kinder, hab ein bisschen Respekt vor denen. Deine Mutter hört Haftbefehle durch. Deine Mutter ist hier gerade hier. Willst du Hallo sagen? Hallo, Mama. Deine Mutter ist gerade hier. Guck mal, was wir... ... 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 Mama told me, go, make yourself some pencil, you'll be so near you, once I'll see you in the end. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich bin jetzt montiert, ich bin jetzt montiert. Fucker, motherfucker, du, jubel. Manche Leute bekommen einen Porsche zum Geburtstag, ich war froh, wenn ich keine Schläge bekomme, aber Allah. Frohes Neues für euch alle. Frohes Neues. Diese Rakete ist für unser Neues. Oh mein Gott, geh da, geh da. Hallo? Pardon? Wenn Sie hier vorbeifahren, dann bleiben Sie hinter der Bandschen. Äh, Französisch. Sohbe! Der Bira ist aus Knast entlassen, Habibi, wie du gewassst, ich brach, 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 ich brach. Ich, Habibi, du ist da, Alter, hau! S는데 für ein Besitzer habrisch keinen kann. Okay, bitte nicht zu lächeln. Okay, gut, und jetzt würde ich Sie fragen, was ist Ihr vollständiger Vor- und Nachname? нет Idee. Haben Sie keine Feiertage? Was? Haben Sie keine Feiertage? Ähm, ich? Nein. Das ist aber schade. Ja. Sie sind sehr fleißig. Was? Sie sind sehr fleißig. Ja, ja, das bin ich. Maschine. Gucken Sie, ich will Ihnen wirklich antworten, aber ich kann Sie nicht hören. Ich höre Sie sehr, sehr schlecht. Haben Sie Instagram? Wir können dann da chatten. Hab ich was? Instagram, wir können dann da chatten. Nein, nein, können wir nicht. Aha, okay. Ich darf es Ihnen leider nicht geben. Ich heiße dort KanyaV7, so nebenbei am Rande. Das ist sehr, sehr nett, aber ich habe es leider nicht gehört. KanyaV7. Okay, gut. K-Y-A-V-I-7. Gucken Sie, ich brauche hier Instagram nicht. Ich muss Ihre Daten eintragen. Okay, ich habe es eben alles klar, okay. Entschuldigung, haben Sie Ihren Hund an der Leine? Müsst du da mal durch. Was ist das? Er hat nur einen reingefüllen und festhalten kann es ihn auch nicht groß. Darf man den Hund mal streicheln? Nicht in die Büsche. Hey, komm mal her. Was ist das für eine Rasse? Was bist du denn? Süßer Hund. Hallo. Dann wirst du es noch erleben. So, lass mich jetzt rein oder ich hau Jahren in der F... So, bitte. Wir haben geschlossen. Das ist lustig. Das ist lustig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hey Leute, das war ein Schwimmbad. Wisst ihr was? Das war ein Break. Guck mal. Bis zum nächsten Mal.